Was ich noch nie verwendet habe, vielleicht auch, weil ich WIP-Spieler bin, diese Rückruf-Kristalle. Diese grünen, die habe ich noch nie verwendet. Ach ja. Was ich nie gebraucht habe, sind die Mondschein-Masken-Rückruf. Warum auch immer ist diese die? Weil, da war irgendwas früher mal drin. Irgendwas gab es da, was es irgendwo anders gab. Irgendwas war da. Ja, Verzauberungen. Irgendwas war da. Ich weiß es nicht mehr, das ist zu lange her. Ja, ich weiß, dass es früher gab es ja noch das Problem mit den Auktionshändlern und so ein Kram, dass du immer irgendwie einen Händler brauchtest, um alles nutzen zu können. Also für Auktionen musst du an einem Händler stehen und sowas. Und ich glaube, dass es sowas da besser gab. Die Wasseruhren von Neverwinter, ein Buch über die berühmten Wasseruhren und die perfekte Präzisionsarbeit. Außerdem wird der Seltenheitswert der Werke bestimmter Uhrmacher beschrieben. Die Taxonomie des Grauens. Was? Wo ist die Taxonomie des Grauens sein? So viele Fremdwörter. Hä? Dem Text zufolge, einige, die wandern, aber nicht verloren sind, laufen am meisten in Gefahr, von dem Grauen gefressen zu werden. Das ist sehr einladend. Kelimwur und... Kelimwur, der Herr der Toten. Kelimwur, der Herr der Toten, überwacht den Übergang aller Lebenden in den Toten, bestimmt, was deren Taten ihnen im Jenseits beschert. Er ist hart, aber gerecht. Und seinen Anhängern wird geraten, den Hinterbliebenen stets Beistand zu leisten. Im Gegensatz zu vielen anderen Göttern des Todes unterstützt Kelimwur die Ansicht, dass der Tod ein natürlicher Teil des Lebens ist und er und seine Anhänger stellen sich aktiv denjenigen entgegen, die der Ansicht im Wege stehen, so etwas wie den Nekromanten und den Untoten. Kelimwurs Symbol ist eine Skeletthand, die er in der Ausbalancierität wahrgehält. Und Urkmar, der Bewahrer alles Bekannten. Urkmar. Urkmar, auch bekannt als Bewahrer alles Bekannten, ist der Gott des Wissens, des Denken und aller Arten von Information. Zu seinen Anhängern gehören weise Magier und andere Wissenssuchen. Urkmar interessiert sich sowohl für das gesprochene als auch das geschriebene Wort, sowie den Erhalt von alten Informationen und das Fördern von neuen Ideen. Urkmar Symbol ist eine ausgebreitete, unbeschriebene Schriftrolle. Konnte dir eine Quest gar nicht abschließen, du? Welcher? Ähm, hat mich schon mal einer nachgefragt hier oft. Und zwar, da hast du doch irgendwie so dieses Holzding aufgewertet. Diese Glasverzauberung, ne? Ja. Ja, und dann soll ich mit dem Fuzzi hier reden, das geht aber nicht. Wieso, dann gibt's da, hier ist die aufgewertete, äh... Ja, das geht irgendwie nicht. Der hat jetzt also sein Geld hier über seinem Kopf. Nee, nee, du musst mit ihm hier reden. Für die Verzauberung. Das ist irgendwie, redet mit Fah, Fah... Aber das war die Verzauberung, oder? Ähm. Oder hast du den, hast du die, ähm... Das ist Tahun und ich, warte mal, Vorsicht reisen. Hat er das irgendwie abgeschlossen? Ich guck grad mal, ob ich das noch finde. Auf jeden Fall hatte ich da ein Problem. Da irgendwie die Quest abzuschließen. Ach nee, die hab ich... Das ist auf dem Clary, ist das. Nicht auf der hier. Der Clary muss mit dem Vogel hier reden, mit dem Pferdere. Ja, hast du den aufgewertet. Genau, hab ich einmal aufgewertet, oder ist das zu wenig. Nee, nee, musst du ihn einmal aufwerten, die Insignal. Ja, hab ich. Und danach kann ich mit dem nicht reden. Das klingt jetzt komisch, wenn du den Pferdere abbrechen. Genau. Ja, ich muss irgendwie dauernd Quests abbrechen. Das hatte ich ja schon mal mit der Pferdemarke hier. Das war genau so ein Problem. Dann werd ich das nochmal machen. Ja. Okay. Zweitens halt immer abbrechen und neu starten die Quest. Ja. Genau, man muss das auch schiefen. Aber was wird mit dem Wicht... Ja, wir müssen jetzt wieder Verzauberung aufwerten. Und jetzt geht es in den Abgrund. Eine der schönsten Karten meiner Meinung nach, der gerade untere Teil. Der noch schöner ist eigentlich nur noch der letzte Teil von den Flützernden Höhlen, wenn man im Gedankenstander Territorium ist. Das find ich so cool. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Gut. Nichts ist was. Und wir haben einen Gefährten, die mystische Foeira. Foeira sind vogelartige Kreaturen, die sich beim Tod eines Fölarichs... Fö... Fölarichs... Fögellachs... Ausformen und die mit der Macht des elementaren Chaos brennen. Diese Foeira wurden dermaßen von Zorn und Rache gelüsten geblendet, dass ein gewisser Magier sie sich mit Hilfe einer Lust dienstbar machen konnte, worauf er sie zu einem treuen Gefährten erbrichtete. Also es ist ein Phönix und alle Phönixer heißen immer gleich... Fuchs. Ne? Also meine Gefährten heißen immer gleich und alle heißen Bob. Bob ist immer gut. Ich muss gerade meine Aussehenskollektion vermehren. Mach, vermehre. Ich nehme ein paar verstärkte Runensteine. Warum haben sie eigentlich die Map nicht als Reisemap gemacht? Das wäre gut, ne? Das wäre richtig gut. Ich habe jetzt eigentlich lustiges Neues gekriegt. Prinzipiell gehen wir jetzt ja in den Abgrund, aber nicht... Ja, da kann ich eben hingehen. Level 15 kriege ich eine neue Kraft. Das nächste Lied, das ihr spielt, wird gespeichert, anstatt im Effekt zu treten. Ja, damit kannst du denn zum Beispiel diese Schnellheilung oder irgendwie sowas aufbewahren. Also ich muss sagen, ich habe hier gerade alles durchgeguckt. Ich sehe nichts, was irgendwie jemanden an mich bindet. Warte, stehe ich hier gerade? Ist hier irgendwo ein... Hier ist ein Lagerfeuer um die Ecke. Ach so, diese Verzauberung, da musst du irgendwas aufwerten jetzt, ne? Genau, eine Verzauberung musst du. Du hast eine rote bekommen, eine rote Rang 1. Verzauberung. Ja, es ist diese, ja. Ähm... Ich meine, 100%... Äh, Serenade, das hast du jetzt schon. Das ist eine Begegnungskraft, das ist die neueste Begegnungskraft, die du bekommen hast. Kurz antippen, um Serenade auf euer Ziel zu wirken, wodurch die Effektivität eurer Heilung auf das Ziel um 5% gesteigert wird. Ähm, das ist das, womit du sozusagen einen an dich bindest. Und wenn du dann bei deinem Heil-Lied guckst, das ist ja... Äh, Minuet der Verteidiger, da steht, heilst statt, äh, unten unter Heilstärke, heilst stattdessen das Gruppen-Lied, auf dem eure Serenade wirkt, falls ein solches vorhanden ist. Äh, du hast schon die, äh, Flöte über dem Kopf. Ja, und jetzt heilst du nur noch mich sozusagen. Und selbst, also mit dem, mit der Serenade, mit dem Minuet und niemals Mine. Aber mit der AOE-Heilung müsste ich auch noch euch alle heilen. Das stimmt. Nur halt, es ist halt, dieser Panik-Button ist halt ein bisschen seltsam, dass das nicht... ...auf alle gilt. Also, ui, 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 sozusagen. Gewährt euch die Wirkung von Hexenballade, wodurch eure freien Kräfte... ...ähm, zusätzlichen Arkan-Schaden anrichten. Während Hexenballade auf euch wirkt, wird darbietend in Hexenfinale umgewandelt. Hexenfinale fügt nahen Feinden Arkan-Schaden zu. Und jetzt haben wir ein neues Talent auch. Und zwar aus Tinato des Schlachtfelds. Eure Einzelangriffe mit freien Kräften gewähren euch nun die Wirkung von Vivo, den verursachten Schaden. Eure Bereichsangriffe mit freien Kräften... Ah, Flächenangriffe machen mehr Schaden. Ah, was habe ich denn da gekriegt? Und wenn ich... Mystische Fuera, kennst du das? Ja, das ist der Vogel, so ein Forks von Phoenix. Cool, den habe ich gerade gekriegt hier für das Abschließen von Icefire Peak. Ja. Na gut, schön. Da kommst du, wir wollen weiterlaufen. Ich finde, vielleicht einmal nochmal... Das sieht Mine jetzt nur in dem Damage-Dealer-Pfad. Das zweite Talent, die zweite Talent, weil es auch wieder sowas Interessantes... ...dass du mit Single-Target-freien Kräften deine Flächendamage-Kräften verbesserst und andersrum, dass du dazu dann genötigt wirst, zu wechseln. Wenn du merkst, dass du viel wechselst, kannst du das halt ganz gut verstärken. Aber der muss halt wirklich darauf achten, dass du immer wieder zwischen Single-Target und AOE wechselst. Und ein elementares Medley. Konfuku, Konmoto und Konbrio gewähren euch nun den Effekt eines elementaren Medleys, wodurch der Schadensbonus eurer elementaren Lieder auf eure Angriffe und 10 Schadensstärke erhöht wird. Was? Wovon reden die? Was ist denn Konfuku, Konmedley und Kon... Es sind halt unterschiedliche Lieder? Nein, das ist die freie Kraft. Das ist die dritte freie Kraft. Also, was bei mir Apeg Giro ist. Das ist ja nutzlos. Dann nehme ich lieber das hier. Negenfalls verstehe ich es gerade noch nicht. Kann sein, dass es richtig mächtig ist, wenn ich es einfach nicht vernünftig verstehe. Das möchte ich nicht ausschließen. So, sorry. Ihr seid... Wo seid ihr? Schon im Abgrund? Ja, ich bin auf alten Instanz. Hier, gleich im Abgrund. Wenn du im Abgrund bist. Ich bin da, aber ich muss zu euch wechseln. Naja, du bist die Erste. Deswegen definierst du die Instanz. Weil du wieder vorgestürmt bist. Ja. Ich habe gerade gesagt, wir machen weiter. Ja, wir müssen doch mal die neuen Sachen... Nein, wir waren alle noch am Auslust. Es muss immer der Erste sein. Das ist immer gut. Ja, das ist klar. Die Narbenkompanie. Au. Der Abgrund. Oh, mein Marker. Hoffentlich seid ihr bereit, ein paar Verseuchte zu beseitigen. Nein. Die Quote ist hochgesteckt. Sie umfasst alles. Gute Quote. Sehr, sehr gute Quote. Ihr seid hier, um zu helfen, und ihr habt keine Spur der Pest an euch. Ihr seid entweder der mutigste Abenteurer, der den Narben Bergfried je betreten hat, oder der Dümmste. Na gut. Ich glaube euch mal, hauptsächlich, weil wir die Leichen brauchen. Wir haben uns als Freiwillige für die erste Verteidigungslinie gegen die... Wir alle hier mit Pflegelschnecken und den Poera rumrennen. Äh, rumrennen. Warum nur? Welche Noobs? Aha, aha. Und ich finde, das ist hier einfach wirklich so eine schreckliche Geschichte eigentlich drumherum noch. Es beginnt da schon gleich ganz, ganz, ganz schrecklich. Dass die keine Unterstützung hier bekommen. Das ist die letzte, die erste und letzte Verteidigung gegen die Monstren aus dem Abgrund. Und die kriegen keine Unterstützung, nur weil sie halt von der Zauberpest befallen sind und... Sie kriegen von uns Unterstützung. Ja, aber auch keine... Genau, sie kriegen aber keine Vorräte, keine Waffen, kein gar nichts. Neverwinter lässt sie im Prinzip komplett alleine. Eigentlich wie ein Moria. Also jetzt nicht in Herr der Ring, sondern in dem Lager. In Griechenland. Achso! Ich war gerade wirklich verwirrt, wovon du redest. Ja, genau. Genau, ja. 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 Und das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, finde ich. Mhm. Also sowohl die in Moria wie hier. Ja, absolut wahr. Ach, das müsste jetzt jeder von uns einzeln machen? Ja, das ist leider hier... Das Einsammeln. ...nicht... ...geteilt. Ja, und dadurch, dass du vorrennst und alles clearst... Wunderbar. Naja, das Problem ist, wir kriegen dann weniger Waffenlager, oder? Na, die Alten fliegen doch so rum. Die Drops müssten auch... Kannst du doch einsammeln. Ja, ich sammle die einfach ein. Drei Stück liegen hier. Ja, die Drops müssten einfach immer kommen. Egal, ob ich die töte oder wer anders. Richtig. Nur die Kisten, die so auf der Map noch liegen, die sind dann weg. So, ich brauche jetzt noch ein Waffenlager. Liegt da eins? Ja. So, jetzt habe ich alles. Und tschüss. Dann bringen wir immer Ressourcen zurück, die wir aus diesen alten Häusern hier rauskramen, wie auch immer. Aber das Zeichen mit der Laute über deinem Kopf ist ein bisschen penetrant. Ich sehe es nicht. Ja, du siehst dich, aber ich... Ja. Siehst du das eigentlich links in der... Das ist aber üblich, auch bei Klerikern, bei Paladinen und bei Hexenmeistern sieht man nicht, wer markiert wird. Warum sie es auch immer gemacht haben, können wir mir vorstellen, dass es einen guten Grund dafür gibt. Gut gemacht. Jetzt können wir endlich einen Weg nachschauen. Hier schweben da drei Symbole. Einmal die Krone, einmal die gekreuzten Schwärter und die Laute. Die machen wie euch könnten wir in unserem Vorposten sicherlich brauchen. Die sind gar nicht schlecht, die Schuhe. Cool. Die alten, die ich anhab. Die sind voll schön für die Ausrüst. Für die Aussehenskollektion. Die blauen Pestfeuergeysire hier in der Nähe aufgefallen. Ja, ich kann nicht schweißen mal aus ohne... Ach, du Scheiße. Was? Also ich habe mich mal gerade angeguckt, ohne die wunderbaren Klamotten, die wir uns ausgesucht haben. Ja, das sieht ein bisschen sehr skurril. Das sieht nicht nach Baden aus. Das sieht nicht nach Baden aus. Das sieht aus wie ein... Ich bin ein... Quatsch, ein Tank oder sowas. Ja. Wie viel kannst du eigentlich von den Aussehensgegenständen... 100 pro Slot. Also 100 Helme, 100 Rüstungen, 100 Armschienen. Okay, ist auch nicht schlecht. So viele verschiedene gibt es gar nicht. Ich glaube auch, dass es noch nicht so viele Alten gibt. Aber irgendwann wird es das kommen und dann kannst du sie zur Not auch löschen. Ich reite mal ganz kurz hier am Rand entlang, weil ich gucken möchte, ob hier irgendwo noch... Weil hier wird ja auch irgendwo wieder ein Antiquitätenhändler stehen, der uns was über Geschichte erzählen möchte. Warte, ich mach das hier. Mach das mal da, mit den... Die Pestfeuer sind nämlich gerade aus. Sehr gut. Die müssen wir löschen. Nur so nebenbei. Deswegen renne ich hier gerade lang, weil die gerade aus sind und wir sie nicht löschen können. Achso. Aber das hat an manchen Stellen nicht gereicht. Auf Fallschaden gibt es ja auch. Boah, aber nicht so viel halt, ne? Dass wir hier halt mitten in Neverwinter sind. Das ist ja diese riesige Narbe, die man auf der Karte groß sieht. Ja. Da sieht man mal, wie groß Neverwinter eigentlich ist. Ja. Da oben sieht man... PE ist ja sogar noch ein richtig, richtig, richtig kleiner Teil. Ja, ich hole mir ne Kiste hier unten. Falls jemand mitkommen möchte, unten ist ne Kiste und ich glaube auch ein Ausspielstein. Wie war das? Wie kam man denn zu der Kiste? Oh nein. Oh mein Gott. War das nicht hier mit der Kiste? War das mal ein bisschen weiter? Oh mein Gott! Das war nicht der Weg. Das war der Weg. Was? Wolltest du sagen, wurde viel? Den Damage kann ich leider nicht teilen. Warum nicht? Ich dachte, wir haben einen vernünftigen Heiler. Oder dass ich kein Lemming bin, der einfach folgt. Versteh ich nicht, find ich nicht gut. Folge mir! Ziel erfüllt. Ich hab richtig viel dazu getan. Genau, Ziel erfüllt. Das war ich auch. Ihr seid ja die gesamte Zeit damit beschäftigt, einfach so zu sterben. Ja, vor allem wir. Wir reiten durch die Gegend. Ich bin gar nicht gestorben. Deswegen, ich find das gut. So doof bin ich jetzt auch nicht, dass ich Kata immer hinterherröpfe. War immer eigentlich nicht. Ich find das nicht gut. Naja, aus Gründen. Ich find das nicht gut. Also ich finde, man sollte schon... Naja. Wir folgen. Folge mir, glaube mir. Ich häng fest. Ah, ich will da rüber. Da hinten gab's doch irgendwann mal was. Was macht ihr da jetzt eigentlich? Ich will da rüber. Gab's doch irgendwo abseits der Wege mal einen Punkt? Ja, das will ich ja hin. Ich geh jetzt zum nächsten Quiz. Mach das ich... Da rüber! Ha, ich hab's geschafft. Cool. Und, was ist da? Eine Alpha-Wand. Ernsthaft? Hier ist eine Alpha-Wand. Warum? Warum ist hier eine Alpha-Wand? Damit du halt da nicht lang rennst. Ich will nicht, dass hier eine Alpha-Wand ist. Möchtet ihr diese Gruppenmitglieder als Freunde hinzufügen? Willst du uns das Freunde... Das würde ich auch nicht machen. Das würde ich auch nicht machen. Sind wir keine Freunde? Wieso fragt der mich überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Was ist denn das? Der Kampf gegen die Kreaturen aus dem Alpha-Wand... Du siehst gut aus! Es scheint ihrer unendlich viele zu geben. Nicht du. Während wir eine Hand füllen. Das ist die Zauberpest, die halt schon mal ein bisschen... Sind auch schön, die Handschuhe. Ne, nehm ich auch. Grün ist eh schön. Mein High-Outfit sieht auch nicht schlecht aus. Die Narben-Kompanie mag grimmig sein, aber auch Storz. Denn wir tragen mutig unsere Farben in die Schlacht. Beim letzten Mal wurden wir jedoch beinahe überhakt. Ich hab nur zwei Bälle, das ist doch voll doof. Morgen! Bist du morgen 16 oder da? Könnte sein. Was ist denn morgen? Morgen 16, 16, 15 will ich... Wollen wir mal gucken, ob wir ein paar Leute zusammenkriegen, dass wir ein bisschen zur Arbeit gehen können. Ich hab nur zwei! Ja. Ich hab 20. Ja, schön. Einmal ein paar mehr Farben oder zusammenbasteln. Das hab ich ja noch nicht hingekriegt. Ja, das machen wir noch, dass du das zusammenbasteln kannst. Morgen Nachmittag? Ja, müsst du eigentlich gehen. Ich muss nochmal gucken. Viele Soldaten... Muss ich mehr aufschreiben oder einer muss mich dran erinnern? Das ist ja das gleiche. Aber wir können dich auch nochmal dran erinnern. Ja, gute Idee. Ich kann es mir auch nachher nochmal aufschreiben. Ich muss eh alles aufschreiben. Das kann ich mit gar nichts merken. Einfach zu viel. Du bist Ärztin. Ja, aber hör mal. Weißt du, mein Handy ist voll mit Kram. Wenn ich das nicht alles aufschreiben würde, dann würde ich wirklich die Hälfte verpassen. Was man alles anrufen muss und das noch klären und dies noch machen. Ich dachte eigentlich, dass man da behandeln kann, wenn man das gelernt hat, aber das ist... Nee, das ist später. Nebenbei. Nebenbei mal behandeln. Mhm. So zu sagen. Geht's weiter? Ja, es geht weiter. Wir müssen... Ja, ich wollte euch die Items schon einsammeln, die da angekündigt wurden, aber die müssen mal erst die Quests erledigen. Es dauert noch ein bisschen, ja. Wir müssen erstmal hier die gefallenen Soldaten markieren, damit sie an der vernünftigen Bestattung zugeführt werden können. Ja, blöde Soldaten sind einfach umgefallen. Das ist spontan. Und die Banner wieder erlangen. Mai, oh mai. Ja, klar. Minz, kau doch mal drauf, du Vogel. Das ist kein Vogel. Dann kann ich hier wenigstens mal Kram einsammeln. Der hat noch ein großes... Das Schwert ist groß genug, was der hat. Das ist jetzt kein Problem. Stimmt, das ist ein großes Schwert. Aua. Was ist denn hier los? Äh, Feinde. Falls du das mitmachst, ist ein befeindetem Gebiet. Peinlich, wenn man als Barde Heiltränke nehmen muss. Das ist ein bisschen... Vor allen Dingen, wenn wir einen Heiler dabei haben. Das macht es eigentlich noch ein bisschen peinlich. Der Heiler ist ja nicht in der Nähe hier. Auf den kann ich mich ja nicht verlassen. Hä, hier ist kein Feind. Hier ist niemand. Wieso kann ich das nicht verwenden? Weil ich im Kampf bin. Warum bist du denn im Kampf? Einen habe ich gefunden, ja. Weil ihr mir nicht helft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich bin quasi alle das alleine. Wieso ist der Heiler eigentlich übrigens alleine? Tja, soll er mal wegrennen. Weil ihr alle wegrennt und keine Ahnung habt, wo ihr hin müsst. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Zurück. Nie, weißt du nicht? Nein, nicht zurück. Wir müssen uns den Banner holen. Ich weiß. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Weil ich nur gucke, ob Wolk jetzt auch eingeht. Wieso kämpfst du? Weil ich es kann. Wir müssen nicht chillen. Dann hole ich das Banner. Da vorne, wir müssen zu dem Banner. Ja, ich bin ja schon da. Geht zu dem Banner. Bäm. Jetzt können wir kämpfen gegen die hier. Macht Minsken da. Der, ähm, bufft. Achso. Bäm. Ich glaube, die Heilung wird verstärkt und die Schadensresistenz wird erhöht. Witzig. Wenn er da drauf hat, zieht das lustig aus. Ja. Das ist cool. Hui. Aber das ist, glaube ich, auch kein Account-Ding, ne? Das ist auch wieder einzeln, ne? Ja. Minsk? Ja. Leider. Naja, komm, der finstere Löwe war wenigstens Account. Das stimmt. Das war schon mal gut. Und der Pegasus ist auch Account. Ja, genau. Die sind eigentlich sehr gut. Die sind aus den Kissen ja immer, ne? Die Tiere ab Episch sind mit, äh, Episch? Legendär? Nein, sind sie nicht, leider. In der Kissen sind sie nicht, leider. Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich habe hier zum Beispiel einen Fmetterlingsfarm bekommen, den nicht. Oh, ist das schön pelzig. Cool. Wunderbare Neuigkeiten. Der nicht, äh, Account-Ding ist. Natürlich hat niemand das Banner abgegeben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss erst mal meine Ausrüstung angucken. Genau. Ist hier wichtiger. Ausrüstung. Als hier irgendwelche Quests zu erledigen. Nichter Quests. Dieses Banner ist nicht bloß ein Stück Stoff. Es reicht aber, wenn einer das Banner abgibt, habe ich gesehen. Das ist auch gut. Durch das Zurückerlangen habt ihr unseren Kampfgeist wieder gestärkt. Oh, Stufe 15. Und wir sind nun bereit... Jetzt liegt ihn da. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Wie im Magazin. Ich bin darüber nach oben da. Vielen Dank.